willkommen liebe herrscher bei mir dem torsen akatoto beim clan ja welcher clan könnte es eigentlich wohl sein ihr habt es vielleicht im live stream gesehen denn ich habe mit diesem account im live stream meinen zweiten angriff gemacht ich bin im clan eine einheit mit drei ausrufezeichen am ende und wir sehen hier haben wir sind ein klar der wert auf aktivität legt du hast immer rot vor das immer gibt es nicht zurück sich im chat mit anderen unterhalten ist nichts will ich dann bist du bei uns falsch also hier ist schon aktivität zu sehen ihr seht das hier auch mit 314 gewonnenen kriegen ist das hier schon ein starker klang kriegs klang kriegsklan so muss man es ja sagen und ihr seht das hier ich habe hinhalten bekannten getroffen dem astengo nämlich der ist ja so ein bisschen erst mal bei uns raus der muss ein bisschen andere luft stuppern hat er mal gesagt und ist jetzt auch grün das heißt also ist auch aktiv im ck mit drin und ich wollte euch eigentlich diesen ck zeigen wo ich jetzt hinklicke auf die details den wir hier gut gewonnen haben muss man so sagen der gegner hat kapituliert und wir haben oben richtig schön aufgeräumt und den rest natürlich auch gedreiert aber ich wollte anfangen aufzunehmen und da war eine wartung dazwischen ja konnte ich nicht also tut mir leid an die leute von dem clan der einheit ich hatte diese folge eigentlich für samstagmittag geplant und wollte dann der freitagabend glaube ich aufnehmen und stelle dann fest ort essig ja aber dann nehmen wir den letzten ck hier mit rein der ist nämlich auch schön gewonnen worden diesmal mit gegenwehr aber ihr seht das auch hier oben sind unsere bases hier teilweise offen geblieben warum auch immer kann ich nicht verstehen bei einem level 12 clan aber wir haben hier den sack richtig dicht gemacht also es fehlen nur drei sterne ich habe ja mein zweiter angriff offen er 9 gemacht nur mit zwei stern und mein erster angriff ging glaube ich auf ein r10 auch mit zwei stern aber gar nicht mal so schlecht können uns gleich mal angucken wie ich den gemacht habe wir starten hier mal relativ weit unten also wie gesagt ich bin hier in diesem clan durch den mastengo reingekommen der hatte mich angeschrieben hat gesagt menschen das ein cooler haufen hier da lohnt es sich mal sicherlich eine folge und auch mal ein paar zikas mit zu spielen ja ich bleibe ja in der regel immer ein bisschen länger also ich mache nicht nur einzig und dann zieht weiter sondern wenn es sich ergibt und ich kein helden update dann bleibe ich für ein paar zikas hier in der regel sind so zwei drei stück und dann ziehe ich auch weiter aber ich wollte euch zumindest dieses video hier nicht vorenthalten um euch die ck kämpfe hier zu zeigen also ihr seht das hier das natürlich mal wieder eine komische base hier mit einer kanone und immerhin luftabwehr 33 luftabwehren hier also für so ein achter der hier mal ebenso mit luft rüber will ja ist das ja auch ein gefundenes fressen hier gibt da keine andere luft und trotzdem hat sich der meint du mir hier für einen bodenangriff entschieden ich weiß nicht warum aber vielleicht will man ja ein bisschen üben und hat jetzt noch 15 riesen an der ganze zwei hände voll magier und ja das dauert hier ganz schön lange mit der clan buch also das hat ein das hat eigentlich zu lange gedauert denn er hat jetzt kein gift mehr und vielleicht nimmt man da einfach viele viele buch ist jetzt mal kreis rund um die um den drachen und um die lohnt und dann ist das gewesen er hat auch noch hocks in der klaren buch okay darauf läuft jetzt natürlich der king hinterher und warum er das hier so gemacht hat also ist auch immerhin noch ein paar teslas auf in der mitte aber er lässt die hocks einfach tanken an der stelle das kann man natürlich auch mal so machen und schönes ding dann hier also wirklich nur mit dem magian hier die die base gemacht kann man auch machen muss man aber nicht aber er hat das gemacht hier und da in der base natürlich auch nur einzelschaden war kannst du sowas natürlich auch mal mit magiern machen hier und so waren das hier ohne zauber verbrauch wo noch eine riesenbombe die hat noch mal alle zerrissen da und nicht schlecht aber der eine die eine bogenschützin hier macht jetzt die restlichen zwei prozent das läuft hier aus also schönes ding hier keine frage so ich hatte mir ja den ein oder anderen hier angeschaut ja ich bin hier auch in der letzten woche nicht sehr aktiv gewesen auch das tut mir für den clan so ein bisschen leid denn es war meine letzte urlaubswoche und wir waren noch mal so ein bisschen aktiv also als familie auch teilweise weg und deswegen habe ich hier sehr sehr wenig aktivität gezeigt haben natürlich meine angriffe ganz brav gemacht habe auch mal zwischendurch ein farm angriff gemacht aber ich weiß nicht so dauerhaft hier um mich hier so richtig in diesem clan hier rein zu leben ich meine ich habe mich hier reingelebt ich habe hier auch vorgestellt und das ganze ist auch positiv angenommen wurden das was ich vorhaben nämlich hier eine schöne folge abzudrehen um den clan so ein bisschen vorzustellen um euch vielleicht den clan schmackkraft zu machen weiß ich nicht ist ja ist ein clan der eigentlich ich glaube er nimmt alle rathausstufen ich weiß es gar nicht genau und kämpft aber sehr sehr gut hier es gibt hier auch ein paar achten halber 9 halber also das ist das sind jetzt nicht so ganz meine meine bases hätte ich mal fast gesagt und meine freunde aber was willst du machen ich kämpfe natürlich hier mit mit den leuten hier aus der einheit und rocke hier die cks mit so gut ich kann auch der nächste ck wird sicherlich in unserem vorteil liegen denn wir haben oben mit dem master maxed out rh 11 und da kann der gegner nichts entgegensetzen muss man einfach mal so sagen da hätte ich mal fast gesagt wenn der gegner bei masse heute abend 30 prozent holt oder 40 dann kann er froh sein aber mal gucken man kann sich ja auch überraschen lassen aber schönes ding hier vom locker so heiße also alles freundliche leute hier muss ich muss ich so sagen die spenden laufen hier tipptopp und hier wird hier ist viel aktivität drin mal mehr mal weniger das ist an jedem klar so aber zu den richtigen zeiten sind die passenden leute hier und eigentlich kannst du hier so ganzen tag spielen triffst du immer auf irgendjemand und kannst dem die klaren druckvoll machen die ja doch die klaren druckvoll machen oder du lässt sie dir davon machen während wir hier noch wieder auf ein leicht gerascht ist er neun oder eigentlich soll es ja nachten halber darstellen aber ich hätte mal fast gesagt die bs kenne ich aus r8 zeiten noch das ist ja nicht so wirklich eine rh9 bs ja das einzige was die rh9 ist ist womöglich die queen ist die eigentlich dabei der gegner hat auch nicht mal eine queen okay also ist er noch dann so ein 8 damit mit irgendwas und also mit neuner rathaus und er kommt hier zwei jetzt sehr sehr schlecht in die basis rennen alle seine wahlküren ein nach rechts und nach links rum kann manchmal ein vorteil sein dann räumen die das nämlich schön schnell und er hat ja in der mitte jetzt den king die queen wird jetzt denke ich mal gleich auch in die in die mitte rein laufen und nimmt sich dort die nächsten defensiv gebäude vorjahr dass das läuft eigentlich ganz gut kann man nicht so anders kann man nicht anders sagen jetzt schön die wahlküren hier auf dem stück ich scroll mal ein bisschen rein schön mit heil unterstützt das habe ich jetzt auch mal wieder öfter gesehen dass hier welche oder das nicht nur hier welche sondern auch in anderen klang kriegen bei anderen angriffen das dort mit heiler damit nicht mit heiler mit heilzauber komplett unterstützt wird das heißt also man die nehmen überhaupt keinen einsprung und drei heilzauber die neuner und heilen damit immer wieder die wahlküren wo das natürlich auch kann man auch so machen ja hier hat er noch einen wut jetzt gehabt um die noch mal hier richtig durch die base zu preschen und queen lebt immer noch mit level 13 auch nicht mehr so schwach und dann sind das hier schöne drei sterne gewesen vom louis auf die nummer 11 also 7 auf 11 konnten uns ein bisschen nach unten orientieren oben wie gesagt ja musste ich denn ein bisschen höher ran also ich hatte ein 10er vor mir den ich auch gerade so also ich war glücklich um die zwei sterne muss ich mal so sagen denn das war schon eine größere base also wirklich eine r10 base ohne infernos und ich habe sie aber trotzdem gemacht mit zwei sternen denn hier wird stark festgelegt wer welchen gegner macht das finde ich das finde ich mal wieder ganz gut ja so musste so überlegst du dir natürlich schon welche base könnte ich machen und wo muss ich mich eigentlich ein orientieren aber ich bin hier als er 9 komischerweise sehr sehr hoch gerankt das liegt an den rh 9 halber hier die teilweise unter mir sind wegen den noch nicht so starken helden und deswegen bin ich bin ich natürlich irgendwo immer so ein bisschen dazwischen ich glaube ich bin jetzt auch der dritte also mast ist der erste dann kommt neun halber und dann komme ich schon und danach kommen wieder neun halber ja und der jan macht das hier aber auch guckt euch die walküren an hier in reih und glied marschieren die jetzt durch die base durch also richtig richtig schönes ding das war ja gerade so ein so ein strich walküren und jetzt sind die schon in der mitte werden noch mal unterstützt von zwei wutzaubern hier kommen wir jetzt auch in die in die mitte rein die tesla sind jetzt geschichte und die mauern sind natürlich auch die radhaus acht mauren das hatten das haben wir natürlich ziemlich schnell durch geschlitzt mit ihren beilen und so können die hier die mitte schönen im kern jetzt kommt noch mal ein sprung da sind gar nicht mal so viele valküren mehr frei aber wenn die jetzt noch ein zwei starke def gebäude mit sich nehmen und die queen wird sicherlich jetzt auch gleich springen mal gucken wir das eigentlich noch gemacht hat am ende ich denke mal die helden werden sie reißen also 10er king und 8er queen queen noch zündbar also sind wirklich nicht starke helden und ihr müsst euch das angucken die bäse hier bis auf die luft abwehren ist max out und natürlich die mauern und dementsprechend ist das hier ja das ist ein starker angriff finde ich mit denen mit den kleinen helden hier so eine base zu machen hier ist schon stark jetzt verliert er zwar die queen aber er hat noch den king den k2 nicht mehr zünden aber ich weiß dass er jetzt glück hat nämlich mit dem golem der wird jetzt hier zumindest die kanone tanken und das ist so ein bisschen sein glück gewesen an der stelle denn der king hat ja auch nicht mehr so super viel als tank das sehen wir hier vor allen dingen haben hat er jetzt noch einmal flächenschaden vor allem vor sich mit dem magierturm aber der google ist auch gleich gleich auch durch jetzt ist der google ist durch die mauer durch das natürlich nicht schlecht und er hat noch einen einzigen magier da gehabt und sitzt jetzt hinter dem golem aber der rest ist durch und schönes ding schön gemacht jan hat auch zwei dann muss sehr sehr gut gemacht also toll gekämpft hier und jetzt muss ich mal schauen ich hatte mir hier noch einen angeschaut la w ja auch rh das müsste rh 9 auf r 9 sein also golem hier nicht nur ich kann den mal mehr weniger gut und mal wer weniger schlecht sondern der oder die la w kann das hier ich glaube dass ein zweiter kommt ich weiß es gar nicht so genau ich muss mir muss mich echt mal ein bisschen mehr mit den leuten unterhalten wer ist eigentlich was hier aber wie schon gesagt die sind ja alle ganz lieb und nett und denke mal ich hoffe dass sie sich wenigstens jetzt auf die folge noch freuen auch wenn sie jetzt zwei tage verspätet kommt über drei tage verspätet es ist ja mittlerweile dienstag wenn ihr diese folge seht also in dieser woche gibt es wieder wieder so ein bisschen herum gefahren es gibt natürlich ck jato war es zwei art auch wieder gespielt und es gibt dann auch mal eine ganz andere strategie von mir beim fahren also ich habe gestern ganz ganz anders mal mit meinem er hat zehn dorf gefahren aber dort geht es wirklich wirklich hart zur sache ich habe wieder eine bilder base folge geplant in dieser woche und natürlich eine woche eine woche eine woche dorf besuche alles klar torsten eine folge dorf besuche und deswegen lasst euch überraschen ich habe die texte aufgenommen wenn wenn eure texte und eure kommentare nicht unter den videos auftauchen dann habe ich die trotzdem landen bei mir im spam unter youtube da sehe ich die alle da habe ich die alle herausgefiltert und mir die texte rausgeschrieben das liegt daran dass dieses raute und dann die zahl ist in youtube ein anstößiges wort und dementsprechend werden solche sachen alle rausgefiltert das heißt wenn ihr eure text schickt dann lasst einfach das lattenkreuz weg dann ist das kein link sondern einfach eine zahl und taucht dann direkt unter den kommentaren auf also wie gesagt wenn ihr euren kommentar noch nicht gesehen habe er ist bei mir nur gefiltert und ich habe mir dort die texte ausgeschrieben und werde die dann nach und nach dann freigeben dann seht ihr die auch unter dem entsprechenden video so jetzt sind wir eigentlich schon hier oben und weil ich wenigstens ein angriff von mir zeigen wollte ja mein ersten hier auf die nummer drei also der wurde mit zugeteilt ich habe die klaren mail gelesen wird sehr viel über klaren mail geregelt und ich sollte hier die nummer drei machen also habe ich mich hier zu einem hexen angriff genötigt gefühlt das heißt also ich wollte hier mit masse mit meinen hexen rein muss jetzt aber erst mal zu sehen dass der flächenschaden da vorne weg kommt bevor ich die sätze hinten habe ich schon mal so zwei gesetze unterstützung das wenigstens der rest jetzt reingeht und jetzt geht auch mein king mit rein klaren burg muss ich natürlich jetzt stark hier durch giften und denn der drache zerlegt schon die ersten hexen von mir war aber nicht so schlimm wir aus meinen anderen folgen wissen müssen wir so eine rund base hier mit 180 grad irgendwo klären das heißt also wir müssen so eine schneise schlagen dass wir 180 grad erreichen denn wir haben noch sechs valküren im gepäck und ich setze jetzt auch schon mein sprung zauber habe aber echt lange wirklich noch mal lange gewartet erste valküre bald auch die mitte an und alle anderen gehen jetzt auch mit rein leicht unterstützt noch von bohland und jetzt einmal die valküren hier in wut reingebracht es sind auch immerhin 3x bogen es sind stärkere teslas hier also das ist auch alles für den rh9 dann ja ich will nicht sagen ein bisschen viel aber ihr seht ja schon die bestes wirklich sehr sehr groß und so ein paar prozent obwohl ich hier ja noch wenn auch nicht wirklich super viel aber es sind hier von mir zwei sterne immerhin von zwei auf drei und die standen hier auch erst mal ganz ganz lange aber wir hatten oben reichlich angriffe die base wurde dann ja noch gedreht hier ich glaube vom rudolf und noch mal kompensiert also wir haben hier wirklich den deckel hier draufgebracht drei sterne fehlen hier nur das ist schon in diesen regionen hier muss man sagen richtig starkes ding gewesen und wir können mal eben schauen wer den denn eigentlich gemacht hat an der dreier ist offen geblieben wo ich sehe es gerade 87 prozent okay hat der reiner zufall gemacht und hier oben hat der peter 90 prozent auf die nummer 1 gebracht also hier oben ist natürlich dann schon der bereich wo wir infernos haben wo wir starke bases haben man sieht das hier auch die bestens jetzt nicht super max aber es ist ein r10 dreier in und der peter hat sich hierfür valkyren entschieden also für einen valkyren angriff ja sie sind immer noch nicht tot und für gute zwei sterne wenn es denn ganz wenn es richtig gut läuft schafft man auch mit valkyren nach wie vor drei sterne aber da müssen die wirklich exakt laufen und du darfst relativ muss relativ wenig verlieren aber er kommt ihr jetzt ganz bei hände mit seinen kills code erstmal reinsetzt jetzt schon mal so ein paar valkyren zum antesten und die gehen jetzt auch natürlich schnurstrack sie durch die mitte und hier jetzt sicherlich mit dem freeze und mit einem zauber noch mal komplett die mitte entkehrt das heißt also mit beiden entfernen sie hat das auch vorher schon gesehen das werden hier 90 prozent also wie gesagt mit valkyren nach wie vor kein schlechtes ding hier und schöner angriff gewesen ja überhaupt kein failure also hier wird sowieso sehr sehr ich will nicht sagen sehr wenig gefällt aber dadurch dass sie die gegner beinhart festgelegt werden kommt es hier fast fast nicht zu fails also so richtig so starke phase 0 sterne oder ein stern ganz ganz schlecht sondern hier wird wirklich geguckt wer kann eigentlich hier was schaffen und und es wird vor allen dingen von unten wirklich nach ganz oben hin immer stück für stück aufgeräumt wir machen schön die unteren ihre angriffe relativ zeitnah so dass schon mal so ein bisschen so aus der mit range und vor im oberen bereich geplant werden kann wie geht es jetzt eigentlich weiter und das mag ich eigentlich mag auch immer so ein bisschen geleitet zu werden oder geführt zu werden und dass das findet hier statt und man kann hier natürlich auch sagen kann ich nicht gehen hier auf den fühle ich mich sicherer ist mir bisher noch nicht vorgekommen ich stelle mich hier einfach so der herausforderung und wenn die eller oder der weil er hier sagt torsten bitte die 3458 da mache ich das gar keine frage da denke ich mir natürlich was aus dafür haben wir als rh9 reichlich im petto und er hat ja noch er hat hier unten noch die letzten prozent auf den schlappen aber ich denke mal der boogie hat das auch nicht mehr geschafft schade eigentlich auch wir gucken mal wie lange so ein lager hier denn eigentlich oder so ein so ein boogie braucht dann schon ein bisschen länger für das lager aber nicht so schlimm hier schöner ck denke ich mal gewesen von der einheit hier wir machen hier auf jeden fall noch einen zweiten ck weiter ich hoffe die folge hat euch hier aus dem clan die einheit gefallen ich blende euch noch mal den tag ein es sind nämlich reichlich plätze frei also wer zeit und lust hat und auch denke ich mal mal wieder ein bisschen älter ist denn sind ältere leute hier drin also ich habe hier noch keinen jugendlichen oder so getroffen sondern er erwachsene leute die voll im leben stehen und wie gesagt hat euch die folge gefallen aus der einheit lassen den daumen nach oben da und bleibt bei mir dran bis dahin euer toto klisch ja 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 ja